Also ich hier darf die Spike sprechen und die Spike, die ist eine Frostfee, also das heißt, die kann Sachen einfrosten, das ist ja schon mal ganz cool. Sie ist eine total coole Fee eigentlich, die ist so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen faul, also wenn die anderen üben, dann blickt die lieber rum und chillt so ein bisschen, aber ist auch ein bisschen kritisch. Also die anderen haben dann immer ganz tolle Ideen und wollen immer irgendwas machen und sind ganz aufgeregt und sie denkt dann immer so, seid ihr euch sicher, dass ihr das machen wollt? Also sie hinterfragt alles, aber ist eigentlich immer cool, also sie lässt sich dann schon überreden zu allem.